Ok tschüss Gordon du darfst erst mit 2 Millionen Kills nach Hause kommen Ok ich flieg wieder los Ich bin nur als dieser Typ der gerade umgleiten ist Das ist so dumm Das ist so dumm Alter hier kommt noch einer von links Da vorne ist auch noch einer der läuft gerade hier rum Na hier kommt einer von uns was aufhören Mensch der ist hier vorne Oh mein Gott Epe GG Digga nur 18 Kills was Was Ich hab glaub ich nicht mehr Zeit Ich hab glaub ich nicht mehr Zeit Ich bin nicht mehr Zeit Ich bin echt vieler davon rumgeflogen Ich find Kevin die einfach ne fliegen die ganze Zeit Ist doch so geil Ich liebe das Ich finde das... Oh mein Gott, Kevin, du hast so recht. Was? Das ist so okay. Ne, mega, ne. Das war jetzt auch ein Legendär. Ich bin tot. Heilige Mott. Boah. Boah. Oh mein Gott, das ist echt übelst krank. Der Typ hat meinen Bot getötet. Du bist ein Idiot. Boah, Junge, chill mal. Oh mein Gott. Ja, der nur am Abstauben. Das sind nur zwei Stück. Die letzten sind Bots. Ich versuch's... Gordon, soll ich markieren? Ja, das sind eh Bots. Ich mach mein... Wir müssen irgendwie hinten eigentlich sein, soweit ich weiß. Aber... Ich kann mich auch täuschen. Ach, ich geh einfach fliegen. Der hat noch 133 Schuss. Ich hab einen Schuss. Ich glaub, da ist einer. Ich konnte's grad nicht richtig sehen. Der müsste in der Zone sein. Ja, das sind ja auch Bots. Ne, sehe ich keinen. Ne, war ja keiner. Ah, ich werd' angeschossen. Ich seh' ihn. Noch einer. Der Arme. Ihr stoppt alles ab? Ich war's. Hihi. Ja, ihr habt schon einen guten Lauf geschossen. Ich blockier' dich jetzt. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Links, nehm' dir. Links, nehm' dir. Mein Gott. Der ist auch noch einer. Wo? Wo ist der da? Äh... Richtung da. Also weiter hinten. Digga, er fährt durch mein Haus durch, Junge. Superbar. Ich bin selber mit zwei Hammer ohne hier. Ja. Heilige Scheiße. Oh der arme Er hat aber die MP und die Pamp Die Eier und die Pamp Der Hammer Der bollert Alter Das ist ein Gehtner ohr ihr wird schütteln das ist die duh, die geht nach zu teilen gott, ihr habt damage Reboot! Reboot! Jaaa! Refish! Aber das ist ja fast zu einfach! Aber echt? Sagst du! Ich kann mir schon wieder einmal die Grenzen hier um euch sagen, aber... Und ich glaube, ihr habt noch nicht viel Gelegenheit dazu hattet. Ich glaube, die sind auch ein bisschen in der Zone. Die müssen wir wollen, bleiben auch schon mal ein bisschen leer. Ein ganzes Team, ne? Der ist 125! Pass auf, Mark! Ja, stimmt! Putz! So, Lara hat sie erwischt! Dordla hat sie erwischt! Was? Was? Hahaha! Haaa! Episch! Ich habe jetzt 15 Kuchen-Siegel. Das ist ja schrecklich. Was ist das hier? Ach, Lara! Ich weiß! Jaa, eine epische. Wir saubern. Eine epische! Jaa! Hat jemand Pfeile? Yes! Äh, ich habe Pfeile... Hat jemand von euch einen Bogen? Ne? Ja! Jaa, ne? Ich bin der Lüge. Das ist gut. Ich bin der Lüge. na da ist ein bogen, ich habe einen bogen, da fehlen nur feile, da unten ist ein hämmerchen ich habe zwölf stück, ich habe 30 jetzt, ich habe doch da irgendwo welche hinkriegt ja ich weiß, die habe ich mitgenommen, deswegen habe ich ja jetzt 30 da hast du mir einen feilen rücken geschossen, da stehst du auch im weg ganz drüben auf dem berg ist einer und unten am berg ist auch einer ja, ich prob mal ob ich da treffen kann oh, ist ja klein ah, ich habe getroffen ich habe mir markiert bei euch ich habe einen großen Fernseher hm nächstes Jahr übelig scheinst so wie viele kills? 24 ach wann nicht klar, da würde ich mich schämen an deiner Stelle du ich stehe direkt vor dir halt das feuer lebt das punkte oh scheiß ich brenne ich habe noch zwei aufladekissen verbinde zwei teams zwei teams cool mein hammer ist das jetzt voll ja ich habe noch eine Auge ich dachte immer, dass euer Hammer wertvoll ist was? ich kann hier nicht fahren es ist zu glatt gerade das internet ist doch so ein gegner augen sind noch zwei wo kann ich den schockwellen haben wir nicht nutzen ewig da was soll das was denn wenn man nicht immer weg kann man nicht mich nicht immer weg sein wenn wir wissen viel eines bei mir waren auch welche erledigt also vorhin waren auch zwei hier vorne morgen da muss ich da runterspringen weil ich nicht schritten wo hast du denn nicht hätten sie sich was laufen da ja 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 ich hier irgendwo medikit doch ein salat auf den tisch ich komme geflogen der war zu langsam ich stehe neben der trug bin ich behindert auf wen schießt du denn wir sind nur noch 14 leute kommen die zehn körper noch auslöschen neun leute auslöschen schießt doch ja dann stelle ich ich mich auch mal vor ich weiß dann ja ich weiß nicht ob mich klarer schon kennt ich habe schon öfters mit lara gespielt okay sorry nein weil weil das stand eben halt eben freundin zu führen und ich wusste jetzt halt eben nicht das weil ja ich immer so wann spielen wir mal zusammen muss man ja auch mal so wenig wiedererkennenswert also das muss man auch mal befassen nein die zone kommt ich muss wieder hoch hier vorne ist einer bei mir hier da jawohl eliminiert gewonnen natürlich wir haben heute den ganzen abend schon das wird eine lange folge zurück zur lobby für die woche habe ich auf jeden fall genug material ja vor allem für unseren neuen podcast hallo leute hier ist der MC Rossi Fanshop hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles vieles mehr geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte hier gibt es jede Menge schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop alles was ihr braucht